Spannend, was wir aktuell gerade aus Amerika geliefert bekommen, denn das sieht gar nicht so doll aus, wie wir uns das ja schon ein bisschen erhofft hatten, die Chance zumindest mal bestand. Die Marktteilnehmer wollen sie offensichtlich allerdings nicht ergreifen. Ich habe hier den Blick auf den 4-Stunden-Chart vorzüglich, deshalb machen wir den jetzt groß, damit ihr auf den kleinen Geräten auch gut gucken könnt. Und zwar 4 Stunden, in dem Fall YM, das ist der Dow Jones Future, also das handelbare Produkt quasi. Und ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte noch vor einiger Zeit gesagt, naja, wir sind hier relativ gut hoch, wenn wir hier so eine A, B, C bekommen, dann haben wir noch eine realistische Chance, dass das hier passiert. Dann sind wir doch recht dynamisch hoch, klar wackelig oder in dem Fall dreiwellig nach unten und dann anschließend die Aufwärtsbewegung. Jetzt ist aber Folgendes passiert, dieser Rücksetzer ist ganz schön tief. Dafür gibt es so eine ganz grobe Einteilung, einfach damit man das so ein bisschen auch mal beziffern kann, wie weit so ein Rücksetzer gerne geht. Jetzt könnte man das vom höchsten Punkt, der Profi würde es vielleicht sogar hier ansetzen oder von einem dieser Hochs in Hinblick auf, dass das vielleicht eine A, B, C Seitwärtskorrektur ist. Wir hatten am DAX Beispiel darüber gesprochen, dass das gar nicht so selten ist als eine Art Flatkorrektur. Jetzt sehen wir aber, egal ob wir von dem einen oder anderen hoch, das ist kaum ein Unterschied, ob wir dieses, dieses oder dieses hier nehmen, wir kommen auf jeden Fall unter diese 78,6er Marke. 78,6, das ist verdammt viel und jetzt gehen wir mal eine Trickkiste reingreifen, nämlich, nehmen wir mal an, wir sind in so einer tollen Aufwärtsbewegung und wir haben diesen ersten Teil gesehen und warten dann auf diesen zweiten Teil, diesen Rücksetzer, diese Korrektur hier. Wenn wir auf diesen Rücksetzer hier warten beispielsweise, dann, wie tief geht der? Da können wir mal schauen, die zweite Welle dieser Rücksetzer, die geht gerne nicht ganz so tief. Wir sind über die 78er, also jenseits dieser Marke und diese Restfläche, das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es tief noch so groß ist und der Kurs trotzdem noch nach oben geht. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering, so ganz grob gerechnet jetzt liegt das bei 5 bis 10 Prozent irgendwo da mittendrin. Wahrscheinlichkeit, dass jetzt als nächstes noch das passiert. Es ist also bei weitem nicht unmöglich, dass das passiert. Wir wissen ja und viele schreiben das ja auch ganz tapfer immer, ach, Charttechnik, alles Astrologie. Die wissen eh nicht, was sie da tun, das ist einfach Kaffeesatzleserei. Naja gut, es ist das Verhalten der Marktteilnehmer visualisiert. Wie soll man es anders sagen? Statt eine Kundenumfragung, Befragung machen wir halt einfach, ja, was haben sie denn getan? Das ist meistens das faireste Mittel, weil da kann man nicht rumfaken. Ja, also wenn man immer fragt, so Ehepaare auf der Straße mal anspricht, na, sind sie schon mal fremdgegangen, dann muss die gesagte Antwort nicht der tatsächlichen Antwort damit übereinstimmen. So ist es beim Traden im Prinzip an den Märkten auch so. Was die Leute denken, was sie sagen, ist unter Umständen nicht das, was sie tun oder getan haben. Und deshalb achte ich immer ganz gerne drauf, was machen sie denn tatsächlich und ein Rücksetzer wie dieser ist klassischerweise nicht mehr vorzüglich das Beste, um das hier zu erwarten. Keine Sorge, das gibt es auch, also das passiert auch immer wieder mal, aber wir haben es ja gesehen in unter 10 Prozent aller Fälle und dementsprechend ist das nicht jetzt mein beliebtestes Bild, was ich jetzt hier habe. Ich würde mich dazu hinreißen lassen, vielleicht doch die Long-Seite noch zu handeln, wenn wir hier im kleinen Chart irgendwann sowas bekommen, denn vielleicht finde ich dann dieses Bild doof, ja, aber dieses finde ich doch wieder super. Also wann immer ich Dynamik und wackelige Gegenbewegung sehe, bin ich ja dann gerne wieder mit dabei, aber dieses Bild mit diesem deutlichen Rücksetzer sehr tief hier in diesen Anstieg wieder zurück, ja, der macht nicht die gute Laune im Sinne von kauft mal, das wird alles sowieso super. Das ist beim S&P nicht groß anders, da will ich das gar nicht in Detail angucken und auch der Nasdaq-Index hier gemessen am NQ, das ist der Future-März-Kontrakt jetzt in dem Fall, noch zumindest mal, da sehen wir, dass das aktuell nicht so toll ist, wenn der Kurs so weit zurückgegangen ist. Das heißt, auch wenn das ein Tief ist, auch wenn wir seit diesem Tief im Bullenmarkt sind, wie das denn? Ja, es ist ein steigender Markt, seit dem Tief sind wir offensichtlich nach oben gegangen. Wenn ihr jetzt sagt, das ist aber eine eigenartige Sichtweise, naja, der Markt geht ja immer auch mal irgendwie wackelig oder auch mal steiler irgendwie hoch, also Rücksetzer müssen wir mit einplanen, nur wenn diese Rücksetzer so groß sind, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit für die Aufwärtsseite. Im Gegenteil haben wir sogar jetzt eine relativ starke Abwärtsseite gesehen und hätten jetzt eigentlich als Gegenbewegung wieder genauso, oder so ähnlich wie das, was wir hier haben. Wenn wir so eine Bewegung haben, auch hier seht ihr, entweder dreiwellig, die ist ja dreiwellig, verfolgt das mal mit dem Finger, eins, zwei, bis zum höchsten Punkt, zack, das ist dreiwellig hier, wenn man es so will. Auch diese Bewegung, diese recht starke Abwärtsbewegung, dann haben wir das hier, dreiwellig, das sind alles so Indizien dafür, das sind keine Beweise, aber Indizien dafür, dass es eher nochmal in die andere Richtung eben geht. Und wenn wir jetzt hier auch dreiwellig nach oben kommen und dann hier diese Tiefs dann brechen, das ist immer ein einmöglicher Punkt, um reinzukommen. Nicht immer lohnt sich das hier zum Beispiel, würde sich das nicht lohnen, denn ihr wisst, ich sage ja, das ist jetzt hier die Erwartungshaltung, dass wir das nochmal bekommen. Wir haben auch ziemlich exakt das Gleiche nochmal bekommen bis zur nächsten Pause. Das ist also nicht so außergewöhnlich, dass das passiert, nur wenn ich hier unten erst Short gehe und da schon mein Ziel ist, dann klingt das nicht mehr sexy, um es mal so ehrlich zu sagen. Also das ist nicht immer ein sinnvoller Einstiegspunkt da unten, wenn der so doof ist, aber nehmen wir mal an, wir kriegen jetzt hier irgendwie so eine Korrektur, dann haben wir durchaus eine eher zu erwartende Fortsetzung nach unten, vielleicht sogar 1 zu 1, das muss nicht unbedingt nur 1 zu 1 sein. Wenn dem so wäre, würde es sogar noch weit reichen, aber zumindest mal tiefer und damit weiterhin in der Abwärtsrichtung. Also der amerikanische Markt zumindest mal vermeidet aktuell in irgendeiner Form Spaß aufzubauen auf der Kaufseite. Die Marktteilnehmer sind da nicht selber dran und in dem guten Willen jetzt hier auf die Kaufseite zu wechseln. Ich sehe es zumindest aktuell weniger. Wenn wir jetzt vielleicht so ein bisschen mal hochkommen, wäre ja ganz schön, hier hat der eine oder andere zumindest mal die Ambition, es ist doch so halbwegs hoch. Dann sind wir wieder dreiwellig runter, aber auch hier gilt dieser Rücksetzer, das ist 15 Minuten, das ist nur dieses kleine hintere Ende sozusagen, was wir hier angucken. Ich mache es auch mal groß, aber viel zu erkennen ist da ehrlich gesagt nicht. Also die Seite ist zwar stark, die Seite ist zwar dreiwellig, zack, das wäre ein Trigger, nur, was ist das für ein CRV? Und dann sind wir wieder in einem typischen Korrekturmuster, in einem Abwärtstrend. Irgendwie sieht das nicht gesund aus, um mich zu begeistern, zumindest mal reicht das normalerweise nicht so sehr. Also ich bin da sehr vorsichtig aktuell, was den Optimismus angeht, die amerikanischen Märkte scheinbar nicht in bester Laune, was das angeht. Und witzigerweise, wenn man das Wort witzig in dem Fall tatsächlich verwenden sollte, ist der deutsche Markt da ein bisschen anders drauf. Wir sind beim deutschen Markt ja hier durch eine sehr deutliche, sehr typische Marke gefallen, dieses Zwischenrohr. Ich habe das Video gesehen, ich habe einen ziemlich dramatischen Titel gewählt, 8000, aber tatsächlich ist das gar nicht so abwegig, überhaupt nicht abwegig, dass das passiert. Aber es ist natürlich nicht garantiert, dass das passiert, wie auch, es gibt so viele Einflussfaktoren aktuell. Nur wer jetzt noch sagt, es ist völlig unmöglich, dass das passiert, das kommt gar nicht vor, dem habe ich in dem Video aufgezeigt, dass das sehr, sehr realistisch ist und durchaus sehr häufig vorkommt. Auch dazu vielleicht mal die Statistik. Das Thema waren Flat-Korrekturen und wenn wir uns mal angucken, wie häufig diese Flat-Korrekturen vorkommen, dann stellen wir fest, wenn eine Korrektur, wir wissen, Korrekturen kommen in der zweiten und vierten Welle vor, dann ist ein Drittel ungefähr eine Flat-Korrektur. Also wer jetzt sagt, nee, das ist ganz selten sowas, das ist gar nicht, dann wird eines Besseren belehrt, wenn man auf die Statistik guckt, ungefähr ein Drittel bei den Aktien, bei den Commodities sogar noch ein bisschen höher. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man D3, das wird jetzt eigentlich nichts sagen, das heißt Double Sideways, das ist sowas ähnlich, die sehen fast gleich aus, die Dinger, das ist nur ein kleiner Unterschied. Wenn ich die beiden auch noch addiere, dann sehen wir ungefähr die Hälfte aller Korrekturen, sehen so aus und deshalb die Frage, warum soll das jetzt hier, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also keine Garantie, dass das jetzt hier kommt, diese Bewegung, die ich hier mal angedeutet habe, aber zumindest mal der ernste Hinweis und deshalb umso wichtiger, jetzt darauf zu achten, ob Gegenbewegungen, die wir beim DAX haben, eben wackelig hochkommen, sodass man dann sagen kann, das ist ja wieder die starke nach unten und wenn es so dreiwellig nach oben ist, ist kein gutes Zeichen. Dreiwellig nach oben ist kein, oder mehrfach wackelnd ebenfalls, ist kein gutes Zeichen. Da geht noch mehr, wie viel dann auch immer. Also ich würde jetzt nicht in diesem Moment jetzt sagen, ihr müsst jetzt zwangsweise alles verkaufen, um Himmels Willen, aber wenn die Marktteilnehmer das hier sehen. Ich finde das auch interessant, es gab da einige Feedbacks auch dazu, ja, aber wenn jetzt dann Verhandlungen und diplomatisch gelöst wird, dann geht der Kurs nach oben, ja, halte ich für realistisch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie realistisch Verhandlungen im Moment sind, vor allem welche, die erfolgreich sein sollen, das kann ich gar nicht beurteilen, aber ja, wenn die jetzt sich in den Armen liegen und sagen, Mensch, es war ein ganz großes Problem, wir hören auf damit, lasst uns das zurückfahren alles und wenn ihr einen Schaden habt, schickt uns mal eine Rechnung und so. Klar, logisch, dann wird der Kurs wahrscheinlich nach oben springen, davon gehe ich auch aus. Das Problem ist aber nicht, ja, wenn verhandelt wird, dann ist es ja auch noch die Frage, welche Meinung sind wir, dass das dann positiv wird? Und das kann ich nicht entscheiden. Ich unterstelle mal, du da draußen auch nicht, aber wir können gucken, wenn die Marktteilnehmer es so auffassen, dann sind die Marktteilnehmer in der Summe nicht davon überzeugt. Und wenn die Marktteilnehmer das so auffassen, dann bin ich der Meinung, sind die Marktteilnehmer recht guter Stimmung und wenn jetzt nicht eine ganz doofe Nachricht kommt, wird das Ding nach oben explodieren. Und nochmal das Gegenstück, wenn wir so eine Bewegung bekommen und dann kommt auch nur ansatzweise irgendwie eine blöde Nachricht. Einer hat blöd gehustet an der Stelle, wo das nicht hingehört, zack, dann geht es nochmal massiv nach unten. Also ihr seht, die Charttechnik, ich verstehe das immer nicht, dass das so schwierig zu sein scheint, ist ja nicht, dass man dann die Zukunft sehen kann. Sie zeigt das Marktteilnehmerverhalten und wenn ich weiß, ob die Marktteilnehmer mit dem Geldschein winken oder ob sie mit den Aktien winken und sagen, bloß weg damit, dann kann ich in etwa absehen, in welche Richtung der nächste Ausbruch dann passiert. Das sagt mir der Chart natürlich direkt nicht, der sagt ja auch nicht, ob Verhandlungserfolge sind oder nicht, aber ich sehe daran, ob die Marktteilnehmer der Sache zutraulich gegenüberstehen und ob sie eher Fluchtinstinkt haben oder ob sie Gier haben, FOMO haben, 4 auf Missing Out, um dabei zu sein. Aktuell kann man das hier noch nicht sehen, also auf Tagesbasis ist das nicht entschieden. Wenn ich das hier Intraday mal so halbwegs angucke, hier beim DAX Future in dem Fall, da muss ich sagen, dass ich die Aufwärtsseite bisher noch übersichtlich attraktiv finde, wenn ich ehrlich bin. Aber, und das ist jetzt ein kleiner Unterschied, wenn ich dieses Teilstück hier zumindest angucke, habe ich den Eindruck, dass anders als die Amerikaner, die DAXianer im Moment durchaus die Abwärtsseite nicht mit so viel Druck vollziehen, wie die Amerikaner das tun. Sprich, wenn sich jetzt das zarte Pflänzchen doch noch ein bisschen nach oben entwickelt, dass sich dann zumindest dann auch innerhalb dieses Trendkanals dann eben etwas weiterentwickelt. Ihr denkt immer dran, zack, einmal hoch, Korrektur und dann nochmal hoch. Also ihr seht, das ist jetzt noch nicht der Hinweis für super, alles klasse, DAX 20.000, sondern es ist nur, wir verbleiben in der Korrekturgeschichte hier ein bisschen. Ja, in dem das die starke ist, das offensichtlich die schwache Seite. Kommt dieser Bruch nach oben? Das weiß ich nicht. Das wäre erkennbar durch die Brüche dazwischenhochs beispielsweise. Hier vielleicht ein bisschen aggressiver, der da oben. Oder aber, wenn ihr auf einer noch kleineren Zeitebene selber gucken mögt, für die Intraday-Freunde unter euch, falls so eine Bewegung mal ist, dann hier die Erwartungshaltung, dass es da vielleicht dann als nächstes mit Bruch hier nach oben weitergeht. Also vom Kleinen ins Große handeln. Denn wie das übrigens aussehen kann, das habe ich heute auch im Trade des Tages sozusagen in der Tesla-Aktie mal gezeigt. Also wer Lust hat, schaut sich das mal ein bisschen genauer an. Denn dort habe ich das beschrieben, wie man durchaus auf unterschiedlichen Zeitebenen agieren kann. Und selbst wenn es vielleicht auf der kleinen Zeitebene dann noch nicht sofort passiert, man sagen kann, ey, das nächste Szenario dieser Art nehme ich dann wieder als ein Einstieg. Denn ob das hier passiert oder ob er nochmal einmal tiefer geht und dann hier passiert, es ist genau das gleiche Spiel und ich kann genauso auf diese Art und Weise dann eben agieren. Wichtig ist, dass man ein bisschen die Geduld mitbringt, ob er eine starke und eine wackelige Seite, eine schwache Seite eben zeigt, um dann da einzusteigen. Also da ist noch nicht alles verloren, was das angeht. Aber im Moment auch nicht irgendwie eine echte bullische Ambition, die über diesen Seitwärts-Move hier hinausgeht. Das lässt sich überhaupt nicht erkennen. Also insofern Amerika sehr schwach. Deutschland in einer gewissen Chance, mal nach oben zu gehen. Und wer jetzt sagt, Deutschland wird nicht nach oben gehen, also der DAX, wenn der amerikanische Markt nach unten geht, das ist schon richtig. Aber es ist durchaus denkbar, dass dieser starke Anstieg zeitgleich passiert mit einem Anstieg, der hier im Nasdaq passiert. Beide sind angestiegen, der aber vielleicht korrektiv, während der DAX etwas stärker geht und dann die nächste Abwärtsbewegung gehen. Beide wieder synchron runter. Das kann zum Beispiel dann diese Bewegung sein. Und beim DAX dann diese Bewegung beispielsweise. Solche Szenarien sind denkbar. Also die laufen nicht gegeneinander. Sie laufen nur in einem unterschiedlichen Rhythmus, was starke dynamische Impulsbewegungen angeht und Korrekturbewegungen. So, ich hoffe, dass das euch ein bisschen weiterhilft. Euch erstmal alles Gute und liebe Grüße.